Kitty, Kitty, Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Guten Tag. Hallöchen. Wir hoffen vom Auto. Ja, Kitty, Kitty. Kitty? Kitty, Kitty? Keine Kitty. Kitty. Kitty, Kitty. Jetzt haben sie alle verstanden, dass wir Frau Kitty sind. Wir haben gerade beschlossen, dass wir ganz spontan heute mal einen Vlog drehen. Ja, einfach so, weil das machen wir ja sonst nicht. Ja, weil normal gibt es ja immer nur so ein schönes Vlog-Ding zum Musikvideo drehen. Ich kann auch ein bisschen wackeln. Wir sind auf dem Schiff unterwegs. Wir drehen zwar heute kein Musikvideo, aber die ganzen Mittwochs-Videos. Genau. Und jetzt drehen wir als erstes ein Video mit einer Challenge. Sie hat ja bei den Roten Kreisen mitgemacht, also mache ich jetzt auch bei der Challenge mit. Unsere erste Dreh-Location ist da hinten, da drüben, hinten, hinterm Feld. Ah ne, das dürfen wir ja gar nicht zeigen. Ja, das hätten wir jetzt eh nicht gesehen. Weil wenn wir jetzt dann da hinten hingehen, dann hätten wir jetzt sagen können, so, wir sind jetzt an der Dreh-Location angeguckt. Das können wir nicht mehr faken, verdammt. Aber wir nehmen euch heute auf jeden Fall den ganzen Tag einfach mal mit und zeigen euch mal so das hinter den Kulissen für unsere Mittwoch-Videos. Und weil wir jetzt natürlich erst mal zur Dreh-Location kommen müssen, müssen wir jetzt auch... Müssen wir gerade zu drei Meter laufen. Ich will die doch alles gar nicht wissen. Nachher wird es noch bescheuert. Woher willst du das wissen? Das ist jetzt hellseher. Weil ich weiß, dass wir uns nachher noch zweimal umziehen müssen. Ziehen uns immer um, damit ihr denkt, das ist ein anderer Tag. Alles gefakt hier. Das bleibt unter uns. Wir gehen jetzt mal die Challenge abdrehen für euch. Und vorher, was fehlt noch? Was? Kamerafahrt! Oh! Gidi, 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 gidi! Hi! So, wir sind wieder da! Ja! Und ja, also so sieht es dann aus, wenn wir drehen. Ich habe jetzt extra hier schon etwas Neues eingezogen. Ach, wir machen den Bösen-Fax? Ach ja, wir machen mal hier. Ach so, ich dachte, wir fangen jetzt mit dem eingeschränkten Video an. Wir sitzen jetzt an der ersten Dreh-Location. Haben hier neben alles schön aufgetürmt, was wir jetzt gleich brauchen werden. Aber das dürft ihr noch nicht sehen, weil wir uns freuen, wenn der Mund ist raus schneiden. Und dann werde ich wieder angemacht. Dann drehen wir jetzt das Video. Genau, und dann... Und dann sehen wir uns wahrscheinlich im Kind wieder. Wisst ihr quasi, wenn ihr diese Einstellung mal in einem Mittwochs-Video seht, dass wir das jetzt heute gedreht haben? Ja, genau. Eigentlich wollten wir heute was komplett anderes machen und zu einer richtig geilen Location fahren. Das werden wir auch definitiv noch machen, weil das werden wir euch nicht vorenthalten. Aber dafür muss es mal nicht... Dafür muss es mal nicht regnen, ja. So, egal, es wird schon wieder viel zu lang. Genau, wir sehen uns nach der Challenge, die wir jetzt gleich drehen in Kitty. Hier stinkt's. Ja, wir stinken, um es genau zu sagen. Aber warum wir stinken, verraten wir noch nicht. Ja, übrigens, willkommen zurück. Es war halt auch eine spontane Aktion, dass wir gesagt haben, hey, wir drehen das draußen. Weil normalerweise war geplant, wir drehen das Ding drinnen. Und haben dann beschlossen, es ist auch blöd, wenn wir immer ständig alles auf der Couch filmen. Und deswegen sind wir heute wirklich mal raus und sind ein Stückchen gefahren. Das ist vor allen Dingen super, weil das kommt jetzt, wo die ganzen Mittwochs-Videos alle draußen waren. Also ihr habt ja schon ein paar davon gesehen, die sind dann zwar nicht von heute, aber... Was hast du halt eigentlich für einen Sprachfehler? Das ist normalerweise mein Job. Ja, keine Ahnung. Ich dachte mir, ich will sowas auch haben. Und wir fahren jetzt erstmal nach Hause und ich muss ganz dringend auf den Toilett hin. Natürlich. Dann sehen wir uns wieder. Und erzähle vielleicht. Ertragen jetzt weiter diesen Knoblauchgestank hier am Auto. Hallo. Warum immer schlägt? Wir sind zu Hause. Wir haben uns umgezogen. Ja, damit es nicht zu Hause ist, als wäre es der gleiche Tag. Also, wenn ihr uns in den Klamotten seht, dann wisst ihr, wir haben das jetzt gedreht. Also achtet mal drauf, weil ich ein schwarzes T-Shirt noch habe. Schreibt die doch am besten unter jedes Video drunter. Oh, sieg, du hast ein schwarzes T-Shirt, oder? Und jetzt gibt es noch einen Zuschauerwunsch. Wir verschwinden jetzt einen Raum weiter und drehen. Sehen wir uns danach wieder. Pff, Schabt-Klo-Fabier. Wir sitzen jetzt gerade im Wohnzimmer auf der Couch und wollen uns eigentlich noch nicht mehr bewegen. Ja, aber wir haben das Video, wovon wir eben geredet haben, fertig gedreht. Genau, was auch der Grund ist, warum wir uns nicht mehr bewegen wollen. Wir sind gerade sehr gemütlich, ich habe ein Teil Latte, Klopapier, ich weiß nicht, warum Klopapier auf meiner Couch lagen. Pfahlfaire Aufteilung, ja keine Ahnung, hier steht Klopapier unten, sonst dachte ich mir... Ich weiß echt nicht, warum es für mein Wohnzimmer Klopapier ist. Wir haben den Laptop jetzt hier stehen und werden uns dann, na, du provozierst es ja auch. Wir haben ja heute mal einen etwas anderen Block, wo ich mal einfach den Drehtag komplett mitnehme. Deswegen gucken wir uns jetzt erstmal den ganzen Mist an, den wir gedreht haben. Wichtig, da steht der Laptop. Laptop, Kamera-Fast. Und dann kommt gleich die Karte von der Kamera rein und dann gucken wir mal alles bursch. Und wir sind jetzt mal lustig. Ich habe eine Kuhweine, die immer beim Schlafzimmerfenster hier klopft. Gar nicht, was der manchmal abgeht. Gut, dann gucken wir jetzt das Video und nachher sagen wir, wenn wir uns noch kurz, wenn... Vielleicht da war es. Was ist denn hier los? Naja, die Kuh macht Party. Mit Motorrad, oder was? Vielleicht ist das ein Gast. Vielleicht hat die Kuh den eingeladen. Also ich sage einfach mal... Bis nachher. Ja. Komm, wo du kommst. Das war ja der Kuh. Das ist... Das ist... Das ist... Ja, nein, also deswegen muss ich jetzt gleich nach Hause. Genau. Deswegen können wir vielleicht... Ja, hinstellen. Oder, nein, eigentlich, warte mal. Nein. Jetzt habe ich mich gerade... Jetzt kommst du wieder runter. Jetzt habe ich mich gerade... Aber wer kommt denn da? Das ist nett. Wollen wir uns jetzt mal verabschieden? Wer ist denn das? Kenn ich nicht. Das ist übrigens typisch Odenwald. Wenn draußen irgendwo sich irgendwas regt, weil jetzt kommt es so selten vor, ich denke alle am Fenster, wer ist denn das? Das ist das Wesen, denn? Was wir gehört, hätte ich nicht, wo wir stehen. War jetzt heute mal ein Drehtag für die Mittwochsvideos. Achso, und hoffentlich hattet ihr Spaß und so. Immer wieder... Guck mal, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ihr könnt gerne sowas da lassen. Ja, oder abonnieren oder so. Oder kommentieren oder so. Oder so halt. Hauptsächlich oder so. Ja, ihr könnt auch noch ein Video gucken oder so. Ja, könnt auch oder so. Ja, das ist gut. Ja, macht am besten oder so. Tschüss. Ja, macht's gut. Uuuuuh. Ja. 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 Vielen Dank.